Ihr erlebt mich noch ganz beschwingt, auch von der Tanzaktion, der Choreografie von One Billion Rising. Interessanterweise fand die hier am Jungfernstieg statt. Was es auf sich hat, weiß ich nicht. Aber ich finde das nicht nur deswegen toll, weil mich das schon ein bisschen auf den heutigen Tanzabend eingestimmt hat, sondern weil ich finde, es ist großartig, dass sich so eine neue Form von Protest etabliert, mit Tanz, mit Kreativität, Widerstand zu leisten, ist was tolles. Und das Berührende bei dieser Aktion war auch, dass da wirklich Frauen aller Altersgruppen da waren. Und ich finde das so gut, weil wir erleben immer wieder Versuche, die Frauenbewegung als Tod zu erklären, als ein Auslaufmodell zu erklären. Und ich finde Aktionen wie die feministische Tanzblockade bei Blockupy, Aktionen wie One Billion Rising, aber auch, denke ich, der Frauenkampftag dieses Jahr wird ganz klar zeigen, der Feminismus ist wieder im Kommen. Es gibt eine neue Welle von kreativen und provokanten Aktionen und wir sind dabei. Ich bin gebeten worden, den Leitantrag einzubringen. Das mache ich morgen in aller Länge. Deswegen will ich heute eher mal die Möglichkeit unter uns nutzen, noch was zur Entstehungsgeschichte zu sagen. Dieser Leitantrag ist unter enormem Zeitdruck entstanden. Ihr wisst, wir haben immer einen internen Kalender, von dem aus dann was vorliegen muss, damit entsprechend Änderungsanträge gestellt werden können. Und wir waren quasi gezwungen, den ersten Entwurf schon in der Ende der heißen Wahlkampfphase zu erarbeiten. Das hat auch zu ein paar Problemen geführt. Es gab eine Redaktionsgruppe, die war breit besetzt aus dem Parteivorstand, die da auch Ideen reinspeisen konnten. Wir waren dann im Parteivorstand mit der Situation konfrontiert, dass bereits bei der ersten Beratung es die klare Information gab, dass es einen alternativen Leitantrag geben wird und daran geschrieben wird von Dieter Dehm. Und dann hat zwar der Parteivorstand sich klar entschieden, dass der Entwurf, den Bernd und ich vorgelegt haben, die Grundlage ist. Aber unter diesem Eindruck, dass man gerade sich entschieden hat gegen den anderen, wurde dann ganz am Anfang ein Passus reingestimmt. Und ich finde ja, dass dieser Passus, so wie er dargestellt worden ist, in seiner auch analytisch, finde ich, ganz günstigen Form, eigentlich nicht den Geist des gesamten Programmentwurfs wiedergespiegelt hat, weil der war deutlich ausgewogener. Wir waren aber dann mit der Situation konfrontiert, dass die öffentliche Diskussion sich nur auf diesen Passus fokussiert hat. Und das war, naja, das war schon ein Problem und ich glaube, es war ehrlich gesagt eine verpasste Chance, weil wir haben unter uns so manche Kontroverse auszutragen. Aber ein Punkt ist auch klar, viel mehr Kontroversen haben wir auszutragen mit der Politik, die Merkel in Europa fährt, mit der Europapolitik der Troika. Und wir hatten kaum eine Chance, weil der öffentliche Fokus so auf diese Passage und unsere Differenzen dazu war, dass wir keine Möglichkeit hatten, Merkel anzugreifen. Und das ist ein Problem, weil ich finde, wer wirklich Europa gefährdet, sind nicht unsere programmatischen Streitereien, sondern was wirklich Europa gefährdet, ist das Kürzungsdiktat, die Politik von Merkel, Troika und Co. Und deswegen haben Bernd und ich dann dafür geworben, dass dieser Passus, dieser Umstrittene rauskommt und ich bin dem Parteivorstand sehr dankbar, dass er sich mit ganz großer Mehrheit und einer Gegenstimmung und einigen Enthaltungen am Samstag dazu entschieden hat, das zu streichen. Und wir haben uns darauf verständigt, dass unsere Europapolitik auf drei Grundpfeilern basiert. Da ist zum ersten die klare Bejahrung Europas als politischen Gestaltungsraum. Da ist zum zweiten das Wissen, dass gerade wenn man die europäische Idee retten möchte, man die konkrete Politik der EU-Institutionen kritisieren muss. Immer dann, wenn sie zum Beispiel Selbstbestimmung in den Hintergrund stellt, immer dann, wenn sie Profite vor Menschen setzt, immer dann, wenn sie auf Aufrüstung verpflichtet und immer dann, wenn sie undemokratisch ist und in den Hinterzimmern stattfindet. Und der dritte Pfeiler lautet ganz klar, wir reden nicht nur über das, was uns stört, sondern wir reden über das, was möglich wäre in Europa. Und ich finde, das ist auch das, was bei mir Lust weckt auf Europawahlkampf und generell die Überlegung, was wäre alles möglich in einem Europa und deswegen zu sagen, wir sind die Linke, wir bringen Alternativen rein und auch ganz klar zu sagen, auf uns wird es auch im nächsten EP ankommen. Weil ich weiß, die Abstimmungsverhältnisse im EP sind manchmal nicht so einfach nach Fraktionszwang wie im Bundestag, aber eins steht es fest. Man kann davon ausgehen, dass auch im EP die Sozialdemokraten mit den Konservativen, wenn es darauf ankommt, gemeinsame Sache machen und insofern wird es auf uns, die Linken in Europa ankommen, weil wir sind die Alternative zum herrschenden Europakurs. Der Parteivorstand hatte also bereits am Samstag eine wichtige Baustelle abgeräumt und ich glaube, das war ganz gut, weil damit haben wir jetzt die Chance, auf dem Parteitag auch über ein paar ganz konkrete Alternativen unsererseits zu sprechen. Nun gab es zwei weitere Anträge zur Präambel und weil das vielleicht ein bisschen verwirrend war, rede ich jetzt lieber darüber als über die Inhalte, wo wir uns ja in vielen Punkten auch sehr einig sind. Es gab zum einen einen Antrag, der von 150 Leuten eingereicht war, wo Gabi Zimmer und Thomas Händel die Erstunterzeichnerin waren und dann gab es einen Antrag des Landesvorstandes Hessen. Bernd und ich haben immer gesagt, wir finden beides sind eine gute Grundlage und wir hatten dann auch in einer Runde der Landesvorsitzenden Ost wie West ist auch ganz klar der Überzeugung Ausdruck verliehen worden, eigentlich müsste es doch möglich sein, beides zusammenzuführen. Also versteht mich nicht falsch, ich finde, wenn man in einer Sache eine konkrete Kontroverse hat, muss die auch mal ausdiskutiert und ausgetragen werden, wenn es uns sozusagen Erkenntnisgewinn bringt. Aber wenn du eine Situation hast, dass ganz viele Seitentexte sind und es sehr schwer ist, dann von der Verortung, wo ist jetzt eigentlich der Konflikt, gehe ich eher dann nach persönlichen Sympathien etc. Es entsteht womöglich eine chaotische Situation. Deswegen hatten wir beide Seiten, was heißt Seiten, beide Einreichende gebeten, einen Vorschlag, was zusammenführend ist, uns vorzuschlagen und ich war sehr dankbar, dass dann Mitte dieser Woche etwas vorlag. Der Parteivorstand hat sich heute mit dem Ergebnis befasst, nochmal heftig miteinander diskutiert, hat dann noch zwei, drei weitere Veränderungen vorgenommen und am Ende in einem sehr breiten Votum, also es gab keine Gegenstimme, es gab nur vier in der Haltung, sich für eine neue Kompromissfassung entschieden. Die wird jetzt gerade gedruckt und liegt euch vor und ich möchte einfach sehr für die jetzt vorliegende Kompromissfassung werben, weil ich finde sie sehr klar, sie sagt ja zu Europa als politischen Gestaltungsraum, sie kritisiert die Europapolitik dort, wo es notwendig ist und sie macht deutlich, dass wir für ein anderes Europa stehen, ein friedliches, demokratisches und soziales Europa. Aus Zeitgründen will ich jetzt gar nicht auf die vielen Punkte, die bereits angelegt sind, die auch, wo wir bewusst nicht nur Menschenrechte, sondern Frauenrechte im Blick hatten, eingehen, will vielleicht nur auf einen Punkt eingehen, weil manchmal haben wir ja selber so eine Haltung, dass nur dann spezifische feministische Themen angesprochen werden, wenn oben drüber groß Feminismus draufsteht. Ja, ich will nur sagen, dass bereits im ersten Entwurf in vielen Bereichen eine sehr, also was drin war, was ganz gezielt Frauenprobleme angesprochen hat. Ich will das nochmal verdeutlichen an einem Beispiel. Momentan ist die Situation in Europa geprägt durch Fiskalpakt und ein Kürzungsdiktat und davon sind Frauen wie Männer und all diejenigen, die sich nicht in der Zweigeschlechterordnung verordnen wollen, betroffen. Aber es ist auch kein Geheimnis, dass das Kürzungsdiktat vor allen Dingen im öffentlichen Bereich zuschlägt, im Gesundheits-, im Sozialbereich und dort sind nochmal überproportional Frauen beschäftigt. Und wenn wir also immer wieder deutlich machen, wir stehen für ein Europa, nicht für das Europa des Fiskalpakts, wir stehen für ein Europa des Sozialpaktes, für ein Europa der sozialen Rechte, dann tun wir das im Interesse aller Menschen, aber auch ganz besonders, weil wir Frauenprobleme in den Blick nehmen. Und an dieser Stelle will ich einmal ganz herzlich Anja Meier danken, weil in der Tat der erste Entwurf hatte eine Riesenleerstelle. Und dem Änderungsantrag, der dann von ganz vielen Frauen stürmungsübergreifend mit sozusagen verabschiedet worden ist, hat diese wichtige Lehrstelle geführt. Ich bin sehr froh, das ist ja auch im Parteivorstand weit angenommen worden und möchte deswegen schließen mit einem Zitat, was jetzt nicht übernommen worden ist, was ich finde aber sehr schön ist. Es ist von der niederländischen Philosophin und Feministin Rosi Preidotti. Sie schreibt, Europa lässt uns nicht träumen, lasst uns trotzdem von einem anderen Europa träumen und beginnen wir die Europäische Union zu einem Europa der Freiheit, der Bewegung und des sozialen Fortschritts zu in Europa für alle zu verändern. Vielen Dank.